Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Denn in ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herabsprach. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und er hat nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zirnt, der ist des Gerichts schuldig. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so gehe mit ihm zwei. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Vater, unser, der du bist im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit im Ewigen. Amen. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten, Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, Dieser lästert Gott. Als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, Warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter, zu sagen, Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, Steh auf und geh umher, Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Auf Erden die Sünden zu vergeben, Sprach er zu den Gelähmten. Steh auf, Hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, Sondern das Schwert. Wer sein Leben findet, Der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, Der wird's finden. Und Jesus ging hinein in den Tempel Und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel. Und er stieß die Tische der Geldwechsler um Und die Stände der Händler und sprach zu ihnen. Es steht geschrieben, Mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Wehe euch, ihr verblendeten Führer, Die ihr sagt, Wenn einer schwört bei dem Tempel, Das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Gold des Tempels, Der ist gebunden. Ihr Blinden, Der ist gebunden. Ihr blinden. Was ist mehr? Das Opfer oder der Altar, der das Opfer heilig macht. Und wer schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Und wer schwört bei dem Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und Jesus ging aus dem Tempel fort. Und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen. Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, Es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, Der nicht zerbrochen wird. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, Der hieß Gethsemane. Und er sprach zu ihnen. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, Fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach. Mein Vater, ist's möglich, So gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, Sondern wie du willst. Und als er noch redete, siehe, Da kam Judas, einer von den Zwölfen, Und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen Von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, Welchen ich küssen werde, Der ist's. Den ergreift. Und als bald trat er zu Jesus und sprach, Sei gegrüßt, Rabbi, Und küßte ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Mein Freund, Dazu bist du gekommen. Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Aber das ist alles geschehen, Damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und floh. Da nahmen die Soldaten des Stadthalters Jesus mit sich in das Praetorium Und sammelten die ganze Abteilung um ihn Und zogen ihn aus und legten ihm eine Purpurmantel an Und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt Und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand Und beugten die Knie vor ihm Und verspotteten ihn und sprachen, Gegrüßt seist du, der Judenkönig Und spielten ihn an Und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt Und als sie ihn verspottet hatten Zogen sie ihm den Mantel aus und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen mit Namen Simon Denen zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug Und als sie an die Städte kamen mit Namen Golgatha Gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt Und als das schmeckte, wollte er nicht trinken Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider Und warfen das Los darum Und sie saßen da und bewachten ihn Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes Dies ist Jesus, der Judenkönig Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt Einer zur Rechten und einer zur Linken Die aber vorübergingen, lästerten ihn Und schüttelten ihre Köpfe und sprachen Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen Hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist Und steig herab vom Kreuz Und als Jesus wusste, dass es verbracht war Sprach er, damit die Schrift erfüllt würde Mich dürstet Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig Und steckten ihn auf ein Rohr und hielten es ihm an den Mund Und als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er Es ist vollbracht Und dann Mein Gott Vater Warum hast du mich verlassen? Und neigte das Haupt Und verschiet Da verfinsterte sich die Sonne im ganzen Land Und sie, der Vorhang im Tempel, zerrissen zwei Stücke Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen Und die Dräber taten sich auf Dar und gaudert Ja, ich will dich Warum gerade Und maget zu ihnen alle Wurd Tauft sich auf den Namen des Vaters und des Sohnes Und des Heiligen Geistes Und lehrt sie auch darum ause was ich euch befohlen habe. Und sie, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.